oh mein gott ist der chat klein egal morgen 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 was geht heute gibt es mal wieder super mario mache ich arbeite noch am layout weil beim monitor switch hat dazu geführt dass alles gefickt ist deswegen ich habe die idee ich habe die idee bei der wänen mal gucken was habe ich hier wieso gibt es keine guten super mario mecker gibt es wieso absurde betrug oh mein gott so so ich habe was ich habe was um mein gott high quality gif stealing bloß noch so machen perfekt perfekt so wir spielen wieder multiplayer weil das ist so das einzige was man machen kann so der rest des spiels einfach disspektet so aus keinem grund die frage ist ist raffaello da alter moin raffaello und kraft verdor mal gucken wie niki aussieht was da fach alter was da fach alter wach okay interessant niki interessant so sehe ich auch immer aus ich erster tag ausbildung alter sofort wirst das noch kurz so cool oh mein gott hatte wo er hat was gebaut was die scheiße ist also der lebebauer let's go okay okay bin ich stupid yes perfekt so endlich natürlich ich nur diese lebebauer kriege ich immer noch gar nicht dann aber ja folgendes gut ist ja mein apps freind die trampoline kommen diese eine leg eben gerade als ob war so so wird eingespielt oh mein gott äh ich nicht wirklich aber egal egal ich packe gleich winstück aus werden mach ich sie ganzes team durch drei stunden sowas sowie das ist magie das ist die magie alter polnische magie wird mir zum sieg verhelfen es ist immer noch so ein betrug alter mich regt diese zeitverschwendung immer noch bei dem worst level immer so auf als gutes stück bin ich ehrlich marcel rette mich natürlich werde ich weggeweckt wieder aber egal dankeschön nein hör auf nein was das ist pain wow so wie dazu wenn wir eingesperrt ripp marie tot für immer wir werden dich alle vermissen marie ist tot einfach tot Hing den mit dem Chaos Alter von Beyond Registered Trademark Let's go man Die sind jetzt nicht so schwierig Bin ich ehrlich Aber die Frage ist Sind die wichtig? Nö Okay, soviel dazu Armin, das Level sieht gar nicht so schlecht aus Bin ich ehrlich Geht halt im Bonusraum Das ist sogar Ein wirklich innovatives Level Alter Aber in der Hinsicht, dass es nicht scheiße ist Oh mein Gott, Alter Okay Let's go Soviel dazu Das größte Problem ist Irgendwie Halt Level zu bauen Die schwer sind Aber nicht Kacke sind Irgendwie gibt es bloß so zwei Entweder sind es halt die Irgendwie meist Gut durchdachten Aber die sind halt immer leicht Oder du hast halt einfach so Level Die sind absolut kacke Und du hast einfach Mordgedanken dabei Wenn du sie spielst Weil du für die ersten drei Sprünge Nicht hinbekommst Wow Ich will probieren Ich will probieren Danke dafür Ich will es richtig probieren Aber Legi hat mich In den Tod gedrückt Also Und verdient Ist so Aber ich habe probiert Es richtig zu machen War aber nicht möglich Ich glaube ich Wait Nee doch Ist das noch falsch eingestellt Nö Oh Gepasst Ah cool Cooler Start Ich bin tot Bevor ich es überhaupt merke Nein Ist doch egal Wir brauchen Stern Junge Ich halte es Wie eine Scheiße Ja Besonders dieser Haufen Hier Soße Scrolling Ist kacke Werde einfach irgendwo Irgendwelche Blöcke Hingemacht Alter Was ist das für ein Kek Was ist das für ein Kek Ah What Ich lebe noch Ich hasse Movement Danke Also das Level ist wunderbar Ein Meisterwerk Besonders bevor man anfängt Zeigt eine Großes Verständnis Von diesem Spiel Weil das Damit rechnen wir Wenige Leute Besonders auch diese Sektion Hier Dass man Warten muss Und die Sternen Richtig einsetzen muss Ist sehr gut Durchdacht Und sorgt Für eine sehr gute Erfahrung Nicht viele Da wir haben So eine So ein Spielspaß Wie dieses hier Besonders auch Der Gumba Da unten In der Pflanze Ein Meisterwerk Der Kunst Etwas schöneres Kann man nicht In diesem Spiel bauen Auch die Eis-Sektion Hier Die mag zwar Unpassend wirken Für ein ungeschultes Auge Aber eigentlich Ist es so Die Creme de la Creme Von Super Mario Maker 2 Level Design Bessere Sachen Kann man nicht bauen Hier sehen wir wieder Die vertikal Bewegenden Wie heißen die Dinge Überhaupt Bunsenbrenner Auf Crack Absolutes Meisterwerk Und hier auch Die Kanonenvergewaltigung Mein Lieblings Meine Lieblingsstelle Von diesem Level Eindeutig Von dieser Schönheit auch Und hier auch Ein wunderbar geschriebenes Verhängnis Ein Danke Dass man Von den Leveler Bauer Absolut Verdient Dafür Dass er der beste Leveler Bauer der Welt ist Das Skiff Alter Wunderbares Muss ich sagen Oh mein Gott Wie der so eine Kacke Alter Verkauf Maschinen Gestorben Also das Level War wunderbar Also es war zwar Sehr kurz Aber es hat Sehr gut die Intention Des Leveler Bauers Rübergebracht Rübergebracht GIF Geschickt Und ich fände es Einfach nur So weird Dass ich Trotz der Lone Quality Genau das Modell Von seinem Kopf Woran Weiß Was Greif Dinger Alter Fetter Als Marcel Davies Marcel Davies Ist schon Die Sonne Achso Oh mein Gott Ein fliegender Marius Crank Aber nicht so Crank Wie Elite Todi Alter Get Wrecked Kapferdor Mario Mario Wird Immer Verbannt Und Diese Erde Battle Battle Gegeneinander Boah Mal gucken Wie viele neu hatten wir hier sehen werden Also Was Ich bin los Dankeschön Du nimmst ihn einfach mit Absolute Technologie Oh ich bin tot Also die Charakter Ah f*** Ein Eis Level Das habe ich aber Noch nicht so gesehen Das ist sogar wirklich Irgendwie was Neues Für mich Ich bin da auch eingelaufen Hat man schon gesehen Hat man schon gemacht 5000 mal Oh mein Nein Sogar Booster Nicht hoch Was Ich war doch Um Drauf Hä Booster Und Booster Booster Und Booster Booster Will Wunderbares Level, da war aber sogar wirklich fand ich so eine Neuheit, das muss man gelassen. Er hat bei einem Level eine Stelle gebaut, die man noch nicht 1000 mal gesehen hat, sondern nur 5 mal gesehen hat. Die Variation heute, Alter, das nächste Wurzeln mal sehen, pass ich gegeneinander, halt doch dein Maul, Alter. What the fuck, was ist das, Alter? Ich hab Angst. Skill, 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 Skill. Man braucht eine Box, ach so, cool, egal, ich bin da durchgekommen, irgendwie. Hi, Ligi, wie wir da beide so stehen an der Wand, lol. Krass versteckte Blöcke, Alter. Das war auch wieder ein grandioses Level, kann man dazu nicht sagen. Ich liebe diesen Lacheffekt, aber nicht hier, Alter. Oh mein Gott, grünes Grasland. Das hört sich ja nach einer Neuheit an. Was war das bitte für ein Move, Alter? Ja. Hallo? Bitte gehen Sie. Bis dich. Ich kann so nicht arbeiten. Ab in die Höhle, Junge. Ich bin so. Fuck, egal. Einfach Feuer, Span, nur. Physik. Mein Erzfeind. Manchmal, wer weiß. Ich finde es einfach schön, wie ich gefühlt jeden Stream einfach immer schlechter werde. Das ist so, so meine Fähigkeit, Alter. Je mehr ich die Spiele spiele, das ist so schlecht, dann werde ich da drinnen. So drei Leute, einfach Feuerblumen durchspammen. Und keiner kommt nach oben. Das rote ist tot, Alter. Nein! Okay. Oh mein Gott, Michi ist im Ziel. Das ist... Das war sogar gar nicht mal so schlecht, bin ich ehrlich. Das war aber so, so ja. Ich mache mein eigenes Mario-Game. Also in der Hinsicht, dass es so richtig Standard ist. Jede Person im Mario-Maker immer. Ja. Wow. Wow. Einfach wow. Echt gutes Timing. Du keck. Danke dafür mein Leben. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott, Alter. Fette Bomben, Junge. Komm raus, Alter. Das ist Adolphus. Das ist Adolphus. Adolphus machen uns den Weg frei. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Irgendwas hier ist. Eine Bombe? Tschüss, Alter. L-Bombo, Junge. Let's go. Dicke. Wow. Wow. Soviel dazu. Also... Damit habe ich nicht gerechnet. was du hast was im weg was ist überhaupt hier ein pilz wow wäre ganz lustig gewesen bin ich ehrlich äh muss ich hier lang sieht so aus einfach nach da unten das ist ein pfeil perfekt auf seinen kopf weiter ist es wichtig warum müssen wir den hier rüberschieben ich weiß gar nicht was hier los ist in diesem level ich mario von unten penetriere alter ich habe gar nichts gemacht wird einfach gestorben ich bin also was denn ich habe du bist da reingesprungen den typen dafür kann ich auch nicht ich habe bloß nach oben gedrückt du hast für den druck gesetzt literally alter denn wo du kletterst so ein ranggeruch ist unter den typ alter und der schickte einfach sein kopf im schickte ja Let's go, Alter, let's go. Let's go, let's go, ah, danke für den Safe. Let's go, Alter, Niki, einfach noch Tacke bekommen. Es gibt sogar echt manchmal ganz gute Level, das hätte ich nicht gedacht, bin ich ehrlich. Ich habe gedacht, wir haben jetzt 80 versus Level am Stück, wo du jedes Mal einfach 50 Minuten warten musst, bis das Level anfängt und 50 Minuten bis es endet. Weil es sind wirklich einfach Level, boah, hätte ich nicht erwartet. Oh mein Gott. Danke auf deine Rettung. Danke, Bumerang, dass du bist. Danke an mich. Das ist sehr gut. Danke dafür. Ich bin mit Skoman. Ich gehe einfach runter. find mir aber auch. Hvordan weiß ich dich? Wow. Wie hat er mich getroffen? Oh. Das wissen wir. Oh, sach scared, trafen wir uns frei. Oh nein. Finde, abrupt, gut. W farmerang, friedenst du? Oh, das habe ich nicht neu faudrafen. was wieso ging das nicht ich hasse meine augen einfach durch wohl man sieht aber gar nicht so oft bummerang wünschen melde mit den alter ich bin echt verwundert die level sind einfach level das ist ich bin verwirrt für immer da sind sie wieder die böses level mal gucken ob ich mich wieder beschweren kann also sechs sekunden zu lange mein gott muss man zweimal machen alter ach kacke komm bitte mach geh rein alter mit der legende auf einmal wo alter maschine je nochmal wenn man zu wenig content im level hat lässt man einfach die person nochmal das gleiche machen weil nicht man müsste so ein richtig ekelhaftes kaiser zu machen bin ich ehrlich so wirklich so abschlussrate 0,1 prozent und dann lässt du den typ einfach das nummer machen hat ja nicht genug gelitten alter so sieht spaß aus fünf minuten gegen block gelaufen alter let's go ich hab's doch geschafft aber let's go alter ich merke jetzt ist wieso du dir 202 geschrieben hast alle da ich bin los wir wissen einfach joshih 202 aber das beschreibt mein alter ganz gut wie gesagt ich bin schon nach der rente also mental gesehen so viel dazu egal bitte noch einer als ob als ob hast du bitte einmal dagegen springen bekommt kein mehr dankeschön vielen dank mr ligi ich habe vergessen dass die scheiße im winkel sind diese aussage so was das macht wir in 1 in 1 genau genau dazu was auch wir tippe mit 1 scheiße ich habe vergessen dass die breine pflanzen im winkel sind oh mein gott let's go oh mein gott let's go das ist ein interessantes level hoffentlich brauche ich das item nicht ich wurde sabotiert junge kacktyp alter unendliche sabotage kackt ligi ist einfach weg er hebt vom kaffee kommt nie wieder er fliegt jetzt in die sommer das war schon immer nidisch ist hier Einfach die Sporen, Junge. Opacity auf Null gesetzt. So was? Alter, da steht irgendwas mit 600. Das könnte irgendwas bedeuten. Es könnten auch 6 Millionen sein, soweit ich weiß. Oh mein Gott, das war eine Sekunde, ganz okay. Wow, hallo, geh runter. Ja, lag. Okay, was sind wir dazu? Wow. Haffa ist schon durch. Oh mein Gott, willst du mich verarschen? Genau unten, Dankeschön. Tschüssch, Alter, tschüssch. Raphael Gubbrrrr, absolut Legende alter. Man darf niemals Raphael unterschätzen alter. DOS Ok Was? Wie das bringt der nicht auf ihn drauf alter? Was ist das? Wo kommen sie her alter? Alter ohne Musik ist das so richtig weird. Wieso gibt es überhaupt diesen Silence Effekt? Keine Ahnung. Aber ja, für Musik Level ist es gut. Die habe ich aber auch lange nicht mehr gesehen. Ah, mein Lieblings Level. Mein Lieblings Level alter. Das sieht doch schön aus. Ripp. Ok. Wie? Woher? Digga, wer baut so eine Kacke, alter. Scheiß Engländer. Dicke, fette Kackwurst. Dicke? Dicke, Nature. Dicke. 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 Ah, schon wieder so Level? Let's go, nicht mal Tags, Alter. Ich geh, weil, muscle, fuck off. Was machst du? Mach doch weiter, Alter. Gott, dich durchlassen. Ich bin unwichtig. Komm, 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 komm. Oh, fetter. Okay, da werden Sterne zusammengematscht. Okay. Mari, kommen Sie. Wie schade, da muss Mario wohl ersaufen. Wieso nicht? Durchschnittlicher Motor. Du hast extra gewartet, Alter. Dann lässt sich man dich einfach bloß ersaufen, Junge. Oh mein Gott, könnte das ein normales, äh. Nicht ein normales, ein gutes Level sein. Woah. Woah. Das ist Pong Man, mein Lieblings Game. Man sieht in dem Game auch legit Legis vom Himmel fallen. Da oben ist der Schlüssel. Okay, jetzt gehen wir weiter. Ja. 1981. Ich hab gedacht, der dreht wieder um. Oh mein. Oh Gott. Ich bin zu faul. Das ist ein gutes Level. Ich bin zu faul, das zu spielen. Er ist wahrscheinlich lang, Alter. Das ist DonkeyKAng. Hallo, gehst du nach oben? Allo. Mario. Bist du fetter? 83 hier super mario koks wie ist das no way no fucking way no fucking way so den brauche ich weil sonst sterbe ich wieder oder einfach so hast das dafür hoden kobolder alter diese tür blume wieso was ich wollte gleich zurück der krieg das nicht mal in die gerade zu schießen da ist überhaupt besuchen du typ all da bist du das nichts als ob Bitteschön, Toad. Nur wegen mir. Du fetter Sack, du. Pain. Letzte Level, Alter. Oh, nice, Alter. Oh mein Gott. Niki, ist das dein Bruder? Er kommt aus Österreich. Ist das your Bruder Schalter? What the fuck? Was macht das? Bitteschön. Ich wollte einfach so hart weggedrückt, Alter. Zu fett. Ich wollte machen, Alter. Was machst du? Ist der Boss schon tot? Hab ich mich schon umgebracht. Wieso bist du so fett, Alter? Was? Es gibt Schlüssel, Mann. Oh, Dankeschön. Ja, ja, ich bin krank, Alter. Ich bin krank. Was ist das für ein Level, Mann. Alle on plate. Ja, jetzt. Boss einfach gekillt, bevor man überhaupt im Boss Raum war. Also so ganz normale Sachen. Egal. Egal, egal. Ich brauche Urlaub. Ich nehme mein Leben. Nein. Ich gehe jetzt fett essen, weil... Fett. Süß. 2 3 4 5 10